So, was natürlich wichtig ist, im Community Day, damit man die Spezialattage bekommt, muss man ja auch ein Endivier entwickeln während dieser Zeitspanne von 11 bis 14 Uhr. Und ich habe dazu natürlich hier ein Hunderter vorbereitet. Bonbons sind auch genügend am Start und das werden wir jetzt einmal durchentwickeln und natürlich auch hochpushen auf Level 40, um Endivier in Ehren zu halten, an seinem Ehrentag. Und ihr seid live dabei, wenn wir es entwickeln, zu Loreblood erstmal. Und dann entwickeln wir es gleich nochmal für 100 Bonbons zu Megane. Ja, und dann melden wir uns auch gleich zurück. Also nicht mehr hier, wenn wir unter dem Baum stehen, bei dem klebrigen Baumharz und dem ganzen anderen Gedoddel um mich herum. Wir melden uns zurück, wenn wir es dann hochpushen auf Level 40 mit Flora-Statue. 100 zweigeteilt, also 200, das knallt rein. Richtig cool, jetzt hat es auch einen Wert und deswegen lohnt es sich immer natürlich, wenn man seine Hunderter aufhebt, nicht einfach so rausknallt. Mit dem Ding macht man eh nichts. Und so hat man es am Community Day entwickelt, sein 100%iges, damit es wenigstens noch die Spezialattage bekommt. Gut, wir wollen jetzt also unser 100er Megane auch auf Level 40 pushen. Und wir fangen gleich mal an. Es ist jetzt bei 2004. Mal schauen, wie hoch es im Endeffekt kommt. Und ja, Samstag war also der Community Day von Endivier. Obwohl viele sagen natürlich, dass es der schlechteste ist und man damit überhaupt nichts anfangen kann. Aber ich fand es schon mal cool auch, dass es wieder ein dreifach Fang-EP gab. Also sechsfach mit Glücksei. Da konnte ich endlich auf meinem Iversoft mal das Level 38 erreichen. Ich habe jetzt also einen Level 40, einen Level 39 und einen Level 38 Account. Iver scharf, Iver mild, Iver soft. Und ich finde das Teil eigentlich auch wirklich süß. Also wie gesagt, das sieht aus wie so ein Tic-Tac mit einem Blättchen auf dem Kopf. Das Gute war, ich hatte natürlich einen 100er von damals der Perch. Können wir mal kurz schauen. Das war nämlich genau aus Prag. 7.10.2017 gefangen von einer Perch aus Prag. Das habe ich mir natürlich aufgehoben, um es jetzt zu entwickeln und zu pushen. Damals wusste man ja noch gar nicht, dass es Community Days oder sowas gibt. Aber ich finde das eigentlich eine coole Sache. So kriegt jedes Pokémon mal seinen Ehrentag. Gerade die Starter werden da immer vernachlässigt. Wir sind auch schon fast jetzt am Ende. Ja, das ist jetzt erst mal Level 40. Ihr seht, 2227 ist jetzt nicht so krass, nicht allzu hoch. Da fand ich Bisa Flora natürlich tausendmal besser. Auch mit Flora-Statue vom Community Day. Das hat richtig reingeknallt. Megany jetzt nicht ganz so wuchtig, aber trotzdem ein Hunderter in der Sammlung mit Legacy Move, wenn man das so sagt. Also mit dem Move vom Community Day. Wieder was Besonderes. Und genau. Was ist euer Bestes Megany? Was ihr habt? Habt ihr auch eins hochgezogen oder nicht? Habt ihr nur euer Höchstes entwickelt? Und schreibt nochmal rein, wie viele Shinies ihr hattet. Ihr seht ja hier, ich hatte das höchste Megany, also das höchste Shiny Endivie, was ich hatte, habe ich auch entwickelt. Kam dann also auf 1600. Hat natürlich auch Flora-Statue. Und das Beste, was ich bisher hatte, war ein 96er. Wenn wir nochmal auf Schilland gehen, sehen wir natürlich nochmal kurz die Ausbeute, wie es angefangen hat. Also ich habe insgesamt 14 Shiny Endivie bekommen an dem Tag. 500, 200, 300. Das hatte ich entwickelt. WP 10 ist auch dabei. 369. Dann hatte ich das zweithöchste natürlich zu Lorblatt entwickelt. Nochmal, nachdem ich das entwickelt habe, habe ich sogar zwei Minuten vor Eventende noch eins gefangen. Das war das 30er WP hier. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr zufrieden. und freue mich natürlich auf den nächsten Community Day, um zu schauen, was da wieder kommt. Dass man da wieder das Beste entwickelt, das Höchste entwickelt und ein Shiny entwickelt. Und so nimmt die Sammlung immer weiter Gestalt an. Und ja, jeder hat ja andere Ziele in Pokémon, deswegen. Aber egal. Das war es erstmal für diese Folge. Ich bin raus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.